Es gibt viele Sportkommentator, es gibt gute, schlechte, aber es gibt nur eine Herr Tane, der einzig wahre Nachlese für Fans. Ja, hallo meine lieben Freunde, hier ist er wieder, euer Herr Tane, heute von unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg. Wenn ihr feststellt, dass ich so eine belegte Stimme habe, ja, das ist richtig, das hängt aber nicht zusammen mit dem Spiel heute, sondern mich hat so eine Männergrippe erfasst. Ich leide, ich bin krank, vielleicht ist es auch Corona, vielleicht ist es auch was Schlimmeres, ich weiß es nicht. Ja, also, nur dazu, das ist, deswegen bin ich heute vielleicht etwas schlechter zu verstehen. Seht es mir bitte nach, ja, ja, heute Spiel in Magdeburg mit dem Neuzugang, dem schweden Hossein und dem Griechen, muss ich nochmal nachgucken, Bucher Lackes, ja, die beiden auf der Bank. Und wir hofften ja nun alle, dass uns dieser Heimsieg, also jetzt, also ich weiß nicht, wer von euch gedacht hat, nach dem Sieg gegen Fürth werden wir jetzt hier jede Mannschaft der 2. Liga wegknallen. Ich denke, das werden die wenigsten von euch erwartet haben. Aber es war doch zumindest schon mal schön zu sehen, dass Hertha eben Tore schießen kann, dass man auch so ein Heimspiel dann eben auch mal gewinnen kann, auch deutlich, auch wenn der Gegner an dem Tag natürlich nicht so dolle war, aber wie ist es immer, der Gegner ist auch immer nur so gut, wie man es selber zulässt. Ja, der Spielbeginn, Hertha geht sofort rauf auf die Defensive der Magdeburger, rennen die dort an, stehen ganz hoch, pressen und zwingt Magdeburg zu einem, ja, schon kapitalen Fehler. Zweite Minute, das 1 zu 0 durch Reese, hat er wunderbar antizipiert, ist er dran geblieben, macht er das Ding. Und ja, klar, so kann sowas natürlich gut anfangen. Da ist man eigentlich erstmal gut gelaunt und denkt, ja, so ähnlich kann es weitergehen. Und dann muss ich mal was sagen zur Fankurve von Hertha, von den Ultras. Also ihr wisst ja, ich habe nichts gegen Pyro. Ja, ich weiß zwar um die Problematik, dass es nicht ungefährlich ist, alles klar. Wenn man allerdings jetzt mal alle Sachen international mal zusammennimmt und guckt mal, wie viel Pyro gezündet wird und wie oft oder eben auch gerade nicht oft es zu irgendwelchen Problemen gekommen ist, hinsichtlich Verletzungen oder ähnliches, dann scheint das ja wohl doch so zu sein, dass die, die da Pyros zünden, es doch zumindest so machen, dass sie aufpassen, dass nichts passiert. Eine Sache natürlich, klar, die gilt immer, das ist immer negativ. Der Verein muss immer Geld dafür bezahlen. Gerade ein Verein wie Hertha, der Klamm ist, ist natürlich blöd, wenn man dafür noch zusätzliches Geld bezahlen muss. Aber okay, grundsätzlich bin ich ja nicht Anti-Pyro, also jedenfalls bin ich da jetzt nicht so ein ganz harter Verfechter dagegen, weil es ist ja auch immer ganz nett anzusehen, muss man ja schon auch sagen. Aber, und jetzt komme ich zum großen Aber, dieser Pyro-Einsatz nach unserem Führungstreffer hat unserer Mannschaft nach meiner Meinung nach einen Bärendienst erwiesen. Denn wir waren in einem Flow und der ist einfach unterbrochen worden. Und das hätte man dann zu einem anderen Zeitpunkt machen können, wenn man 2 oder 3 0 führt als Beispiel, kann man das wunderbar machen, alles gut. Aber es macht für mich absolut null Sinn, wenn Hertha so gut ins Spiel kommt, so hoch steht, so gut presst, gleich ein Tor macht, dann das zu unterbinden. Was wäre denn gewesen, wenn Hertha das mitgenommen hätte und vielleicht gleich ein zweites nachgelegt hätte? Ja, also da muss ich sagen, Pyro und das Anschauen von Pyro und dass es ganz schön aussieht, ist ja das eine. Aber man sollte dann Pyro auch intelligent einsetzen, ja, oder zumindest nicht dämlich einsetzen, so wie hier passiert. Ist also meine ganz klare Kritik an den Hertha-Fans, die da heute da waren oder den Ultras, die das gemacht haben. Da müsst ihr mal ein bisschen nachdenken, denn das war kein günstiger Zeitpunkt. Also einfach mal Hirn einschalten hilft auch in solchen Fällen. Ja, dann nehme ich in der siebten Minute nach entsprechender Unterbrechung das 1 zu 1. Ja, stark nach vorne gespielt von Magdeburg. Ja, und Abwehr von uns ja nicht auf der Höhe. Gnacker, oder wie er heißt, Gnacker geschrieben, Gnacker, glaube ich, gesprochen, macht das Tor. Ja, überhaupt, Magdeburg, ich fand es sehr, sehr spielstark. Ich habe ja nun, sagen wir mal, in den letzten Jahren mir Magdeburg nun nicht ständig und oft angeguckt, hin und wieder mal und war also durchaus auch angetan. Aber man hat das heute gemerkt, wie spielstark sie sind, wie gefährlich sie sind. Ja, 16. Minute musste Ernst, also auch einen schwierigen Ball parieren. Ganz, ganz intensives Spiel, wirklich von beiden Mannschaften. Also für die Zuschauer schon von Anfang an eigentlich ein Spektakel. Dann in der 22. Minute, ja, Gegenzug Reze, Tabakovic zu Winkler und dann macht der das Tor. Sehr schön vorgetragen, 1 zu 2, ja. Also, ja, wirklich unterhaltsam ohne Ende dieses Spiel. Und dann weiter, wirklich richtiger Kampf, ja, richtiger Zweitliga-Kampf auf beiden Seiten. Das muss man also hier zumindest dann auch härter auch wieder mal positiv erwähnen. Dass Hertha, ja, diesen Zweitliga-Kampf haben sie angenommen. Ja, das hat man also auch heute über weite Strecken des Spiels wieder gesehen. Ja, 37. Minute dann aber der Ausgleich, ja. Schula, wieder mal Schlafmützigkeit bei uns in der Abwehr, ja. Wie man ja ohnehin heute sagen muss, das betrifft ja beide Mannschaften die jeweiligen Abwehrreihen katastrophal, oder? Also das ist wirklich, das kann kein Trainer gut finden, auch wenn das Spiel mit vielen Toren war und sicherlich Spektakel für die Zuschauer. Aber es geht nicht, ne. Es geht nicht so einfach wieder und dann verspielst du wieder eine Führung, ja. Und dann wenig später, ja, 45. Minute, das 3 zu 2 für uns, Tabakovic, ja. Mit dem Kopf, ähm, Nachlässigkeit in der Abwehr dort ausgenutzt. Aber, ähm, ja, auch da fragt man sich, was war mit den Magdeburgern los, ne? Auch da stimmte gar nichts, ne? Also, ähm, unfassbar eigentlich, unfassbar. Aber, ähm, wirklich was für ein Spiel, ne? Diese Fehler wirklich auf beiden Seiten. Aber immerhin, ich meine, wir haben aus unseren Chancen dann auch wirklich die Tore gemacht, ja. Und dann war das halt eben der Halbzeitstand, 3 zu 2, 5 Tore. Hätte ich vor dem Spiel also definitiv auch nicht erwartet, dass wir, also, dass in diesem Spiel überhaupt so viele Tore fallen, ja. Hätte eher gedacht, dass man so ein bisschen taktisch das alles macht und so weiter und versucht, eigentlich hinten erstmal dicht zu halten. Aber beide, äh, waren ja hinten völlig undicht, ja. Vollkommen undicht, ne? Ja, ähm, dann, ähm, wurde, äh, Bucher-Lakis eingewechselt für Dudziak in der zweiten Hälfte. Ähm, ja, und es geht gleich wieder gut los, ja. Ja, eine Chance für Hertha. Ja, aber dann kam die 49. Minute, das 3 zu 3 Cheha, ja. Wieder, ja, kolossale, äh, Nicht-Abwehrleistung von uns, ja. Und, äh, ja, der schießt dann eben einfach und der geht rein, ja. Also, wieder kommen die Magdeburger ran, wieder steht es nach Führung von uns unentschieden, ja. Dann denkst du, okay, sowas, so richtig lange kann das ja auch alles irgendwie nicht mehr gut gehen. Du musst einfach offenbar mal mit zwei Toren, äh, in Führung gehen, ja, damit du da irgendwie was hinkriegst. Und dann, gut, Anfang gemacht, 55. Minute, unser 4 zu 3, ja. Ja, Ecke, äh, Prevliak, äh, nee, also in der Ecke und dann Prevliak mit dem Kopf zu Tabakovic. Und der köpft dann ein, endlich mal ein Tor nach dem Standard, oder? Widerführung, 4 zu 3, ja, und das war dann so der Punkt, wo ich dachte, naja, wenn wir uns jetzt da nicht absetzen und noch ein fünftes nachlegen, dann schießen die wieder den Ausgleich, das machen die wieder, so schlecht, wie wir hinten stehen, ja. Und gesagt, getan, ja, 8 und, äh, Entschuldigung, 58. Minute, ja, ähm, das Bell-Bell, äh, wieder keine Abwehr, ja, wie beim Gegner und das 4 zu 4, ja. So, und dann stellte sich für mich so in etwa die Frage, hm, naja, wie oft werden wir es noch schaffen, in Führung zu gehen, ja. Wie oft werden es die Magdeburger noch schaffen, auszugleichen, oder, ähm, ja, passiert ganz was anderes, ne. Warum sollte nicht auch Magdeburg mal in Führung gehen, ja. Wer viermal zurückkommt, der kann ja durchaus auch mal zwei Tore am Stück schießen. Und, jawohl, 68. Minute, Hankuri, ja, ein schöner Weitschuss, wird aber auch nicht attackiert von uns. Und dann geht das Ding in den Angel rein, also fast so in den Angel, ja. Und dann plötzlich also die Führung für Magdeburg, ja. So, das war natürlich, ich meine, da hätte ich dann aber schon auch erwartet, dass uns das jetzt nicht so komplett umhaut, ne. Sondern, dass wir, nachdem wir nun viermal Führung gegangen sind, viermal den Ausgleich haben kassieren müssen, dass wir dann eben auch die Eier zeigen, wenn wir dann in so einem wahnsinnsspektakulären Spiel dann eben auch mal knapp dann mit 5 zu 4 in Rückstand geraten, dass wir dann es auch schaffen, wieder zurückzukommen und ebenso den Ausgleich zu erzielen. Aber irgendwie war das nicht so, nach diesem Rückstand wirkte Hertha irgendwie gehemmt. Ja, ein Niederlechner kam dann auch noch zusätzlich im Sturm rein. Vorher wurde getauscht, der Gechter für Kempf. Aber es hat nicht funktioniert, es hat einfach nicht funktioniert. Hertha war vielleicht, Hertha sah auch konditionell zum Ende ja nicht mehr so gut aus. Und ja, was dann zur Folge hatte, dass in der Nachspielzeit dann sogar Magdeburg eben noch mit dem 6-4 durch Arslan den Deckel raufmacht. Also, was für ein Spiel, ne. Für den neutralen Zuschauer war eine super klasse Zweitliga-Partie, wenn auch natürlich, ja, zwei Abwehrreihen, die über weite Strecken überhaupt nicht existiert haben. Aber dafür aber eben bei beiden Mannschaften wirklich erkennbar ein Zug zum Tor. Und das Ausnutzen eben der Abwehrschwächen des Gegners immerhin, auch das musst du ja tun. Von daher für den Neutralen sicherlich eine klasse Veranstaltung heute. Aber wenn wir jetzt mal für uns denken, also du gehst viermal in Führung. Wenn du viermal in Führung gehst, dann musst du wenigstens das Spiel mit einem Punkt abschließen, oder? Dann darfst du es nicht verlieren. Und wenn du auswärts, wenn du auswärts vier Tore machst, ja, ganz ehrlich, dann darfst du ein solches Spiel auch nicht verlieren, ja. Das geht einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Man kann sich ja nicht auf den Standpunkt stellen und sagen, ja, unsere Abwehr ist nicht so toll, aber die gegnerischen auch nicht, ja. Ja, klar. Wenn es dann dazu führt, dass du dann wenigstens am Ende den Punkt holst, ja. Aber nein, wenn du dann am Ende wirklich nicht mehr die Kraft hast und dann so ein Ding, wo du immer geführt hast, zum Schluss 6-4 verlierst, dann ist das Käse, ja. Dann kann das nicht sein. Also, ja, als Resümee aus diesem Spiel und auch aus dem letzten Spiel, also erstmal, wir haben in zwei Spielen jetzt hintereinander neun Tore erzielt, ja. Das finde ich jetzt schon erstmal schon ganz schön klasse, weil wir ja saison- und ligaübergreifend ja eigentlich kaum Tore geschossen haben, ja. Ich finde es sehr, sehr gut, nach wie vor Reze. Ich finde es sehr gut Tabakovic. Und, ja, und was die Defensive angeht, ich nach wie vor auch sehr gut. Jagd Ernst da an den Toren, bin ich der Meinung, konnte er nichts machen. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr es anders seht. Also, ich habe da keine Fehler bei ihm gesehen. Das ist einfach, wenn du da so eine Grottenabwehr vor dir hast, ja, was willst du da machen? Was willst du da machen als Torwart? Im Gegenteil, ich finde seine Körpersprache gut. Ich finde, er wirkt nicht aufgeregt. Er wirkt souverän. Und das in seinen jungen Jahren. Also, Jagd Ernst, ganz klar, habe ich letztens schon gelobt. Lobe ich auch wieder. Ja, aber nun war ja eigentlich okay, auch wenn wir in der Offensive sonst immer Probleme hatten, aber unser Problemfeld war ja zumindest nie die Defensive. Also, das heißt, auch wenn ihn jetzt mal abgesehen vom Spiel gegen HSV, da haben wir uns natürlich ganz schön abkochen lassen, aber bei den Spielen gegen Düsseldorf und gegen Wien-Wiesbaden sah es ja defensiv überhaupt nicht schlimm aus. Mit ja jeweils auch nur einem Gegentor. Aber wenn ich das dann heute natürlich gesehen habe, dann muss ich, dann habe ich natürlich schon Fragen dazu. Da muss ich mich schon wirklich fragen, wie wollen wir mit dieser Defensive da weiter durch die Liga stolpern. Es ist ja wirklich schön und das weiß ich auch zu schätzen. Da freue ich mich auch, dass unsere Stürmer da jetzt Tore machen. Neun Tore in zwei Spielen, ganz klasse. Aber das nützt natürlich jetzt nicht allzu viel, wenn du dort so viele Dinger hinten reinkriegst. Und sechs Gegentore, mein lieber Freund, das sind Viere zu viel. Das sind definitiv mindestens viel zu viel. Und das wird jetzt also offenbar die Sache sein, um die man sich wird kümmern müssen. Denn jetzt ist erstmal Länderspielpause und dann kommt das Heimspiel gegen Braunschweig. Und ich hatte ja schon nach dem Sieg gegen Fürth gesagt, Gradmesser wird jetzt sein, Auswärtsspiel in Magdeburg und dann Heimspiel gegen Braunschweig. So, Magdeburg, gut, kannst du sagen, ist in die Hose gegangen, ist einfach mal so. Hätte so nicht sein müssen mit einer besseren Defensivleistung. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass man auf diese Offensivleistung heute aufbauen kann, auch wenn natürlich unsere gute Offensivleistung begünstigt war durch die absolut schwache Defensive des Gegners. Muss man auch klar sagen. Aber ich hoffe halt eben trotzdem, dass uns das weiter auch nach vorne hin den Mut gibt und die Gewissheit gibt, dass wir in der Lage sind, vorne Tore zu schießen und dass wir aber ganz, ganz schnell die Sache verbessern und verändern hinten, dass uns nicht diese Dinger hier um die Ohren geschossen werden wie heute. Dass wir also da sicherer werden, weil das wird auch gerade gegen Braunschweig ganz, ganz wichtig sein, hinten gut zu stehen. Und dann hoffe ich, wenn wir diese beiden Sachen, die eine Sache mitnehmen, die andere Sache dann also jetzt wirklich nochmal klar verbessern, dann hoffe ich eben darauf, dass wir unseren Heimsieg gegen Braunschweig einfahren. Weil, Leute, das ist ja auch wahnsinnig wichtig, weil wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben alle Spiele verloren, bis auf eins. Das haben wir gewonnen. Das heißt, wir stehen ganz, ganz unten. Wir stehen ganz unten und wir brauchen ganz, ganz dringend wieder drei Punkte. Und auch nicht nur einen. Also gegen Braunschweig zu Hause, da muss genau so ein Ding hier wie gegen Fürth. Muss ja nicht 5-0 ausgehen. Reicht ja auch ein 3-1 oder ein 2-0. Aber das erwarte ich jetzt. Ich erwarte vor allen Dingen, dass wir hinten da nicht wie ein Hühnerlaufen rumstehen. Weil das geht gar nicht. Dann nützt uns auch ein Tabakowitsch in offenbar so guter Form, wie er jetzt ist, nichts. Die nützen uns dann alle nichts, wenn wir hinten so stehen. Also, das ist jetzt meine große Hoffnung, dass jetzt diese Pause auch genutzt wird. Da mal jetzt Bilanz zu ziehen. Das Positive herauszuarbeiten. Jawohl, wir können Tore schießen. Tabakowitsch ist angekommen. Sehr gut. Rehse nach wie vor. Ein super Einkauf, den wir da getätigt haben aus Kiel. Und dass wir auch festgestellt haben, jawohl, wir sind kämpferisch auch in der Lage, in dieser zweiten Liga mitzuhalten. Wenngleich ich Konditionsdefizite zum Schluss gesehen habe, die sicherlich auch noch irgendwie abgestellt werden müssen. Muss auch sicherlich vielleicht nochmal am Training, Trainingsbelastung, wie auch immer, noch irgendwas gemacht werden. Aber okay. Dass man diese ganzen positiven Dinge mitnimmt und die negativen Dinge jetzt wirklich ausmerzt, dass man da hinten Griffigkeit und Kontrolle in die Abwehr bekommt. Das wäre jetzt für mich das Wichtigste, weil dann könnte es in 14 Tagen auch wirklich mit einem guten Ergebnis ausgehen gegen Braunschweig. Was wir unbedingt brauchen. Was wir unbedingt brauchen. Da rede ich jetzt auch schon wieder, nachdem ihr da heute nicht über einen Punkt, da brauchen wir drei. Also gegen Braunschweig drei Punkte. Macht was, Jungs. Gut, meine Freunde, in diesem Sinne, ich werde mich jetzt pflegen, ausruhen, werde warmen Honig trinken oder was auch immer, damit es mir bald wieder besser geht. Und ich dann wieder mit voller Stimme vom Spiel, wenn nichts anderes dazwischen ist und ich noch nicht wegen irgendwelcher wichtigen Sachen nochmal ein Video mache, dann spätestens nach unserem Spiel gegen Braunschweig wieder euch berichten kann. Macht es schön, schönen Samstag noch, schönen Sonntag, dann morgen und alles Liebe, alles Gute. Haui. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.